Rang 1 Bayern München, Rang 2 Borussia Dortmund, Rang 3 RB Leipzig, Rang 4 Borussia Mönchengladbach, Rang 5 Bayer Leverkusen, Rang 6 Wolfsburg, Rang 7 Freiburg, Rang 8 Hoffenheim, Rang 9 Schalke 04, Rang 10 Eintracht Frankfurt, Rang 11 Hertha Bensee Berlin, Rang 12 Orion Berlin, Rang 13, SFC Köln, Rang 14 Augsburg, Rang 15 Mainz 05 Abgegrennen, Fortuna Düsseldorf, Werder Bremen, Baderborn 23 Uhr 56